Und jetzt volle Konzentration, volle Konzentration auf unsere Entscheidung. Wir schauen mal, was uns der Computer ausspuckt. Wir schauen auf unser Diagramm. Wer wird Dritter? Mit dem dritten Platz legen wir los. D.A.H., das L steht für Musik. D.A.H., das ist euer Applaus. Achtung, hier steht der Strafz. Glückwunsch an euch. Einmal Erster, einmal Dritter macht in der Summe zweiter Platz. Alles gut? Jo, das passt. Wir sind zufrieden. Es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht. Wir waren ein geiles Publikum, Ravensburg. Dankeschön. D.A.H., das L steht für Musik. Platz 3 beim Blech-Duell 2018. So, die Bronze-Medaille haben wir verliehen. Wir kommen zur Silbermedaille. Wer landet auf Platz 2? Oh, eine knappe Sache. Und es ist die Big Band der Uni Hohenheim. Das ist euer Applaus. Einige gucken ganz traurig bei euch, aber zweiter Platz ist doch eine gute Sache. Klar, man wünscht sich natürlich auch den Sieg, aber wir sind dann unheimlich zufrieden mit dem zweiten Platz. Das war eine tolle Veranstaltung, tolle Bühne, tolles Publikum, tolle Location, wunderbar. Okay, und einfach üben und beim nächsten Mal nochmal mitmachen und dann Erster werden. Das versuchen wir. Alles klar. Dankeschön. Die Big Band der Uni Hohenheim, zweiter Platz im Finale des SWR 4 Blech-Duells 2018. Euer Applaus. So, und jetzt brauchen wir einen großen Trommelwirbel für unseren Platz 1. Die Spannung steigt, ich bin sehr gespannt. Wer hat die 28% geholt? Es ist Martini Huber. Martini Huber aus Schielberg. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Die Konfetti-Kanone. Das ist ein Riesenerfolg. Martini Huber, Eddie Graf hat für euch die Sieger 4. Das ist euer Preis. Martini Huber gewinnt das Blech-Duell 2018. Über die Wildcard hier nach Ravensburg gekommen und jetzt in der ersten Platz. Wahnsinn. Super geile Sache, kann ich nur sagen. Nicht mehr. Unsere Fans ein Dankeschön. Die hätten uns toll von, dass wir so weit gekommen sind. Bärenstark. Und jetzt wird die CD aufgenommen im SWR Tonstudio. Das machen wir natürlich, ganz klar. Aber was ich auch noch sagen möchte, ist einfach ein Dankeschön an euch. Geile Sache, was ihr da macht. Macht weiter super gut. Das machen wir. Und wir hören doch mal den Siegertitel. Martini Huber.